Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer kleinen Modpack Vorstellung. Ja, ich nehme die Modpack Vorstellung nochmal komplett neu auf und zwar befinden wir uns hier heute in dem Modpack Project Ozon 2 Reloaded. Wer Project Ozon 1 gespielt hat, der hat so ein kleines Modpack in Erinnerung, was an einigen recht einfach ist. Dieses Modpack ist nicht mehr, es gibt jetzt eine zweite Version, schön aktualisiert und es gibt viel viel mehr Vorstellungen. Also, fangen wir an. Fangen wir einmal mit dem Questbuch an. Das fängt erstmal wundervoll an, schön mit einer kleinen Beschreibung von den Entwicklern O.G. Aristotle und The Kestador Sniper. Mit dabei sind hier die ganzen wundervollen Beta-Tester oder Alpha-Tester und wir schauen uns mal die Questreihe an. In der Alpha-Questreihe geht es los mit den Grundkenntnissen Ex-Nihilo, Immersive Engineering, Ex-Asterisk Rebirth, Magnetic Craft und Tankers Construct. Einfach stinkend nochmal die ersten Anforderungen wie Holz, die ersten Ressourcen bekommen, bis hinüber schon bis zum ersten Wetterkampf und der ersten großen Maschinerie. In der Questreihe Beta geht es los mit Botania, Aquicraft und Magical Crops. Hier fangt ihr erstmal stinkend nochmal an mit Aquicraft, die ersten Seeds bekommen, einmal komplett durchzüchten bis zu den Emerald Seeds von Aquicraft. Dann die ganzen Pflanzen von Botania, natürlich auch einmal durch bis zum Guardian of Gaia Tier 2 und einmal die komplette Questreihe von Magical Crops, die etwas schwieriger geworden ist. Da es jetzt eine neue Essenz gibt, und zwar die Temperio Essenz. Diese Temperio Essenz ist nicht im normalen Magical Crops vorhanden, es ist eine selbst eingefügte aus dem Mod Custom Things, wo man selbst Items einfügen kann. Temperio Essenz wird unter anderem gebraucht für die sogenannte Netherstar Seeds, die auch wiederum komplett neu eingefügt worden sind, die Temperio Essenz Blöcke brauchen. Vier Netherstars und ein Wisserskenten Seed. Weiter geht es dann hinüber zur Questreihe Gamma. In Gamma geht es los mit Extra Utilities und Buildcraft. Einmal hier die ganzen Spikes durch Craften und die Mülltonnen. Die Cali-Ner Regenerator von Tier 1 bis Tier 2 bis Tier 3. Ein kleiner Aussicht in die Drawer. Ein bisschen Logistics Pipes wird natürlich auch gefordert. Dann natürlich auch Buildcraft der Laser und die Ender Query und ASQED, sowie rüber bis zu den Mobius Unstable Stable Ingets wird alles gefordert. Also auch dieser Mod wird komplett ausgelastet. In Delta geht es weiter mit den bekannten Mods Thermal Foundation, Expansion oder Dynamics und Ender I.O. Hier geht es eigentlich nur darum, einmal die ganzen Maschinen durchzucraften, sowohl Thermal Expansion und Ender I.O. In Epsilon geht es weiter mit Primatic Craft und Mechanism. Hier schaut euch erstmal an, wie ihr an Compressed Iron kommt, der Grundbausatz für Primatic Craft. Ihr werdet nicht drum herum kommen, eine komplette Farm zu machen für die Plastik-Sachen. Da, ich werde jetzt hoffen, dass das jetzt auch richtig ist, wenn wir uns jetzt einmal die Plastik-Sheets anschauen, die, wenn wir jetzt, ja, das ist sehr schön, wenn wir uns die einmal anschauen, die können zwar mit Fireflower-Sheets gemacht werden, jedoch nicht in diesem Pack. In diesem Pack sind diese ganzen Seeds für die Plastik-Blätter weg, wodurch ihr anders an das Plastik rankommen müsst, und zwar über den sogenannten Plastik-Mixer. Ihr braucht dafür alle drei Farben und Liquid-Plastik. Liquid-Plastik bekommt ihr ganz einfach über den Thermo-Pneumatic-Processing-Plant mit Kohle und LPG. Und LPG kriegt ihr auch in der Thermo-Pneumatic-Processing-Plant aus Gasolin. Und Gasolin ist nichts anderes als Öl in der Refinery. Dieses Pack also fordert Primatic-Craft schon mal auf eine ganz neue Ebene. Mechanism hat sich nicht wirklich viel verändert. Das einzig, was hinzugefügt wurde, über den Mechanism-Weg, ist Demon-Steel Tier 1. Da Aura-Cascade, dieser Mod, was hatte damals schon, war schon ein Project Awesome 1 dabei, der hatte der sogenannte Angel Steel oder Angel Iron hinzugefügt. So, dieser Mod ist leider nicht mehr weiterentwickelt worden, weswegen es jetzt Demon-Steel gibt, was gemacht wird aus dem Imperial Essence, das einfach gebraten wird. Und das kann man dann immer schön weitercraften, so Demon-Steel is the second, third und so weiter und so fort. Schauen wir uns mal an, was in CETA auf uns wartet. So, CETA hat die Mods Solar Flux, Quantum Flux und Mindfactory Reloaded in sich. Solar Flux, wer es nicht kennt, sind diese wundervollen Solar Panels, die dann raufgehen bis Tier 11, die dann schon ein bisschen teurer sind, aber auch dafür ordentlich Saft rüberbringen. So 262.000 Rf pro Tag, kann man mal machen. Mindfactory Reloaded sollte eigentlich jedem, der schon mal mit Mods gearbeitet hat, schon mal etwas sagen, ist ein ziemlich bekannter Mod, der den unter anderem mit Laser Drill, Grinder und die Deep Storage Units hinzufügt. Jedoch Quantum Flux ist ein etwas unbekannterer Mod, würde ich behaupten. Der wundervolle Sachen wie die Battlesuit, hier diese wundervolle Waffe der Eviscurator und unter anderem auch Imaginary Time Block hinzufügt. Zuschauer von meinem alten Projekt von World Day Galaxy Restoration, kennen diesen Block noch. Er kann ziemlich stark sein, verbraucht aber auch dementsprechend Energie. So, ETA, was erwartet uns in ETA? Applied Energistics. Erstmal das komplette Applied Energistics System mit den Festplatten für Items, Fluids und Gase, Auto-Crafting, die Pylonen sind dabei und das Wireless Crafting Terminal ist dabei und es funktioniert. Dann schauen wir uns mal die Questreihe FETA an. In FETA müssen wir einmal ERF-Tools durchschnippeln. Wir müssen eigene Dimensionen erstellen. Wir müssen Dimensionen verstärken, wir müssen später in den ESA gehen, wir müssen Bosse beim ESA besiegen und wir müssen in den Erebus, in die Mittelerde gehen. Doch wie das aussieht, das erfahrt ihr viel live, wenn ihr es selbst spielt und wir schauen uns mal währenddessen JOTA an. JOTA beschäftigt sich mit der Questreihe von Big Reactors. Ihr müsst einen Big Reactor bauen und später sogar eine Turbine. Und wer dann schon sagt, boah, das macht richtig Bock, für den wartet dann auch noch eine wundervolle Questreihe namens Galacticraft. Ihr müsst in Galacticraft nicht nur eine, zwei oder drei, ihr müsst alle neun Raketen bauen. Und das bedeutet, ihr könnt zu jedem Mengen Planeten reisen und auch jede Menge Basen aufbauen. Ach ja, das beliebteste E-Mode auf Twitch hat auch hier eine Questreihe. Kappa. Kappa beschäftigt sich hier mit Project E, dem Mod, der aus Äquivalent Exchangesstanden ist. Viele kennen diesen Mod als EMC-Mod. Was fügt dieser Mod hinzu? Dieser Mod fügt den sogenannten, in diesem Pack genannten, Aristotel Stone hinzu, mit dem man dann einfach so Sachen herstellen kann. Oder unter anderem auch über EMC-Werte, dann später in den Energy-Condensern Items herstellen. Ihr tauscht einzelne Items ein. Zum Beispiel acht Koppel tauscht ihr gegen einen Holzblock ein. Dieser Mod wird auch meiner Meinung nach ziemlich stark gereizt. Und, ja, ist in diesem Pack sehr gut eingebracht. So, kommen wir zu den letzten drei Questreihen. Hier haben wir einmal die Questreihe Lambda, die sich mit Draconic Evolution beschäftigt. Draconic Evolution einmal komplett. Von Draconic Ingots hinüber bis zu den Awakened, sogar den Chaos Scores. Die komplette Draconic Armor und den Chaos Guardian müssen einmal abgeschossen werden. Die Questreihe Muu beschäftigt sich mittlerweile mit einem meiner Lieblingsspots. Avarizia. Was ist Avarizia? Avarizia beschäftigt sich hierum mit den ganzen wundervollen Infinity Ingots. Was das ist, werde ich später zu kommen. Einmal hier müsst ihr die Crystal Matrix Ingots bekommen. Mit denen ihr dann schlussendlich den Dyer Crafting Table herstellen könnt, was euch Zugang zum Extreme Crafting bringt. Dann einmal komplett durch bis zu Neutronium Barren. Bis ihr dann den ersten Neutronen Kompressor herstellen könnt. Wodurch ihr all diese wundervollen Singularitäten herstellen könnt. Wenn ihr das alles habt, geht das hier über weiter zu den Cosmic Meatballs. Ultimate Duo, der Endless Pearl. Und schlussendlich einen Infinity Catalyst, womit ihr Infinity Ingots herstellen könnt. Dann könnt ihr euch aussuchen, will ich lieber erstmal das Schwert machen. Das Sword of the Cosmos mit unendlich Attack Damage. Oder lieber eine Rüstung, mit der ich gegen jeden Schaden gefeilt bin. Nur gegen den Schaden vom Infinity Sword nicht. Flug ist in dieser Rüstung kein Thema. Und schlussendlich gibt es noch Sien, Simple Achievements. Wer denkt, hier ist das Spiel vorbei? Ah, ah, ah. Der hat sich schwer getäuscht. Hier gibt es noch eine letzte Herausforderung. Ein Stack Mobile Unstable Ingots. Ein Stack Awakened Economy Ingots. Ein Stack Neutronium. Ein Stack Infinity. Ein Stack Manolin. Und ein Buchbücherregal. Wird eingetauscht gegen das Achievement Book. Was dieses Achievement Book jetzt noch zu sagen hat, schauen wir uns doch einmal ganz schnell an. Das Achievement Book. Wer denkt, dass nach diesem Questbuch hier fertig ist, der hat sich ganz schwer getäuscht. Denn hier geht es noch weiter. Ein komplett gefüllten Max-Size-Reaktor mit Jetted Cryo-Film und Diamond-Lücken muss gemacht werden. Einmal Cobblestone zu Gravel-Sand und das mit Magnetic Craft. RZ7 sollte sagen, kein Thema sein. Alle Magical Crops und Harvest Craft Seeds auf 10, 10, 10 bringen. Alle Karate Carrots, das World of the Cosmos, die ganzen Infinity Sachen. Zwei Tier 7 Draconic Energy Kurs, den Draconic Evolution Reaktor. 10 Billionen RF mit Non-Creative Items. Was das ist, kommen wir später noch zu. Eine Space Station ohne Oxygen-Ausrüstung zu betreten. Mit Oxygen-Sealern. Ein komplett selbstversorgenden Fusion-Reaktor von Mechanismen. Wir müssen ein Dimmlet, ein Wizard-Boss-Dimmlet genug RF hinzuführen. Das Dragon-Dimmlet muss hergestellt werden. Es gibt genug zu tun. Jetzt hat man gerade gesehen, was ist denn hier Titan-Mode und Kappa-Mode. Dazu kommen wir jetzt. Denn wem das Ganze jetzt noch zu einfach ist, das ist ja noch stinknormal. Es gibt noch die Möglichkeit, eine Creative Energy Cell zu craften. Die gemacht wird aus Infinity Ingots, Enderium-Blöcken, Redstone-Singularities und einem Infinity-Block. Dann kann man während, wenn man sagt, okay, ich möchte noch eine, ein Creative Energy Cell von Applied Energistics grafen. Ist auch kein Thema. Das ist aber so grundlegend alles, was in diesem, in diesem Modus die Creative Sachen zu tun haben. Wem das aber wirklich noch alles viel zu einfach ist, der hat die Möglichkeit, per Command-Ftb-Mode-Set-Titan, das Ganze etwas zu erschweren. Na, Titan wird, die englische Schreibweise wird eingeschrieben. Ein kurzer Leck und Game-O-Set-To-Titan. Was hat sich verändert? Wenn wir uns jetzt generell mal die Creative Sachen anschauen, es gibt jetzt einiges mehr. Die Creative Energy Cell hat sich erschwert. So, sie besteht jetzt aus Lumium Gears, Red Gem Wafer, Y Gem Wafer und Blue Gem Wafer, Redstone-Singularities, Heat-Cablen, Titanium Wafer und Creative Infinite Energy von Magnetic Craft, die hergestellt wird aus Chaotic Cores und 4 Tesla Coils und Neutronium Ingots. Hier geht es aber wiederum noch weiter, denn es besteht nämlich statt einen Creative Portable Tank zu craften. Der hergestellt wird aus 20.000 Resonant Portable Tanks im Neutronium Kompressor. Des Weiteren kann man für die Turbine von Big Creator einen Creative Steam Generator herstellen. Der hergestellt wird aus 4 Ludicrate Ingots, 4 Infinite Water und einem Chaotic Core. Ist schon schwierig, aber auch nicht allzu schwierig. Schauen wir uns nochmal währenddessen hier weitere Rezepte an. Die Infinite. Das World of the Cosmos ist schwieriger geworden. Braucht jetzt Large Chaos Fragments, Infinity Ingots, Dark Solarium und Vibrantium. Demon's Field of the Eleventh Magnitude ist auch dabei. Der Angel Ring ist auch etwas schwieriger geworden. Und die ganzen Project E Sachen sind auch etwas schwieriger geworden. Fangen wir einfach mal an mit dem Aristoteles Stone. Der Aristoteles Stone baut... Ich werde das jetzt auch heute nicht mehr lernen, ne? Der Aristoteles Stone braucht schonmal einen Nether Star Fluix Pulse, einen Metacondenser, Terrastil und Elementium Fluix Blöcke, Molekular Assembler, Emidens Cable, Logic Prozessoren, zwei 128 hoch 3 Spatialkomponents und einen Draconic Flux Capacitor. Wer jetzt denkt, das geht ja noch, sollte sich einmal auch die Logic Prozessoren anschauen, wie die hergestellt werden. Diese brauchen Pulse-Solting Chipsets, die hergestellt werden aus einer Enderperle und einem Redstone. So, hat man dies geschafft, schaut man weiter zu den Tablen von Project E. Einmal der... Wo haben wir ihn? Einmal das Transportation Table. Och, manno. Ich mach das jetzt mal gerade ganz einfach. Global. Na. Inventory Recipe Mode. So. Hätte ich schon vorher noch ein Sollen. Transportation Table wird hergestellt aus Dark Meter Blöcken, Temperio Essence Blöcken, Pocophenium Large Plates, Refined Glowstone, Crystal Matrix Ingots, Flux-Infused Obsidian Rots, einem Demon Steel of the Sixth Magnitude, Eternalis Fuel, Unstable Ingots, Enchanted Gravitide, Infinity Stars, welche 40.696 Nether Stars sind, und einem ganz besonders neuen Block namens Faxi, das einfach nur ein Compressed Cobblestone gebraten ist. Hat man das geschafft, geht es weiter zum Transportation Tablet. Das Transportation Tablet ist hier schon wieder um einige eigentlich schwieriger. Einmal Draconic Energy Cores, Mobius Unstable Stable Ingots, Infinity Stars, Advanced PCBs, Manually Ingets, Generator Blöcke, das Transportation Tablet, Experience Book Level 5 und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, dieses Mod Pack bietet einiges. Wenn wir uns jetzt mal hier weiter anschauen, was es doch so alles gibt. Die Draconic Armor wird jetzt gebaut für die Infinity Armor. Und das auch nicht so wenig. Dann der Staff of Animation, der Wand of Animation, Entschuldigung, ist natürlich auch dabei. Baut Demon's Steel of the 10th Magnitude, Infinity Ingots, Golden Singularities. Schauen wir uns doch einmal einen Infinity Ingot an. Hergestellt aus 11 von diesen Infinity Catalysts. Ja, ich weiß, ich sage 11, nicht 11, 11. 11 Infinity Catalysts, die hergestellt werden aus all diesen wundervollen Materialien. Unter anderem Dark Meta Blöcken, Temperio, Crystallized Threadstone, Chance Echocardians, Awakened Reconium Blöcke, Gaia Spirit Ingots und Singularities und so weiter. Wer sich jetzt fragt, was das für ein wundervolles Item ist, das ist eine sogenannte Eternal Singularity, die hergestellt wird aus diesen Singularities. Dafür braucht ihr nur Cyanide Singularities, Nickel, Redstone, Electrodine, Peridots, Emerald, Diamond, es gibt genug zu tun. Weil jeder dieser Singularitäten wird aus 43.794 Blöcken von dem jeweiligen Item hergestellt. Wer jetzt immer noch so sagt, ja, ist schon eine Herausforderung, aber ich will es immer noch schwerer, gar kein Problem. Es gibt nämlich noch einen dritten Game Mode, und zwar den Fitsbeats Mode Set Kappa. Kappa ist so gesehen der ganz, ganz große Bruder vom Expert Mode von Infinity. Wenn wir uns jetzt nochmal einige Rezepte anschauen, fangen wir doch einfach mal mit meinem Lieblings Item an. Mit meinem Lieblings Mod, der ME Controller. Der ist jetzt ein klein wenig schwieriger geworden. Man braucht jetzt Osmium Crystals, Concentrated Cloud Seed Buckets, Pure Fluorix Crystal, ein Machine from Resonant und ein Sky Sun Block. Ja, schon schwieriger. Wenn wir uns jetzt mal den Aristotel Stone anschauen. Joa. Ist ein bisschen schwieriger geworden, ne? Dark Seal Bälle, Molecular Assembler, Forium Rots, Energetic Alloy, Demon Steel of the Eighth Magnitude, ein Soul Crystal, der, die man aus dem Erebus bekommt, Energetic Alloy, Enchanted Gravitate und Spirit Binder, die man schnell mit Gaia Spirits und Necessar und Ectoplasma hergestellt wird. Schauen wir uns nochmal kurz die Creative Sachen an. Wer wird uns jetzt mal die Energy Cell anschauen. Ja, Infinity Blöcke, Blah, Sticks, Lumium Singularities, Redstone und Electro-Times Singularities, 4 Solar Generator mal 64, Creative Energy Sets von Applied Eneristics, Nether Star Generator mal 64, eine Phönix Dawn und Heated Redstone Singularities und Neutro, nein, Chaos Ingots, was diese Chaos Ingots sind? Ja, komme ich gleich noch zu. Und wer schon immer einmal geträumt hat von einem Creative Kompressor, das ist gar kein Thema mehr. Man braucht nur einen Creative Portable Tank, Advanced PCBs, 4096K, ME Gas Storage Components, Black Plastik, Compressed Iron, Crystal Crystals, Transistoren und Advanced Air Compressor. Und schon wieder diese mysteriösen Chaos Ingots. So, wer sich jetzt fragt, ja gut, der Creative Portable Tank hat er sich auch verändert. Natürlich hat er sich verändert. 20.000 Resonant Portable Tanks ist auch ein Klacks. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schwieriger. Wir brauchen Chaos Ingots schon wieder, Neutronium Ingots, Infinity Ingots, Resonant Portable Tanks, Neutronium Dramm, 2 Full Storage Portbusses, Zero Tanks, Ender Tanks und Super Lamina Fluid Ducks. Wie sieht das mit den Infinity Ingots aus? Die sind doch jetzt auch schwieriger geworden, ja oder? Das Hauptrezept für die Ingots, nein, der Catalyst, ja. Der Catalyst ist an einigen eigentlich nicht schwieriger geworden, aber immer noch schaffbar. Also hier die MSG-Pill, Slime Ball, Rotten, Flasher und Sugar. Wenn er die Singularities hat, dann hat er das wohl auch. Wer sich jetzt fragt, warum das Rezept hier so ein bisschen sehr, sehr einfach ist, das machen wir jetzt mal ganz einfach. Wir schauen uns mal den Fantasy Catalyst an. Hier eine wundervolle Asgard Dandelion, einfach Created. Mano, einfach aus dem Nix. Ui, Transportation Table. Hä? Man braucht einen Bedrock? Ja genau, ein Bedrock kann hergestellt werden aus 9 Block auf Bedrockium. Ultimate Furnace, ein Clarks, einfach hier ein Extreme Furnace und ein Civicio Furnace. Das ist ja alles kein Thema. Compress Gaia, wer träumt nicht davon, seine Basis mit einem Block aus Gaia Spiriting zu dekorieren. Aber wenn wir jetzt mal hier weiter schauen, was es noch so alles gibt. Ach ja, Creative Infinite Steam kann man mal machen. Was ist denn das? Ein Chaos Catalyst? Der Chaos Catalyst kann man ganz einfach herstellen aus einem Infinity Catalyst. Allen Blöcken von Magical Crops mit den Wizard Proof Blöcken Uranium Rots, Forium Rots, Naturate Base Tier 5, einmal alle Rafer, alle Chips jetzt einmal. Ja, es gibt genug zu tun. Und wenn man diesen Chaos Catalyst hat, geht es dann weiter zu den Ingets ziemlich schnell so, mit ein paar Infinity Ingets brauchen, Palladium Crystal und Chaotic Cores. Diese Chaos Ingets werden dann natürlich gebaut für die Creative Energy Cell, die Turbine Creative Steam Generator, das World of the Cosmos, der Creative Portable Tank, der Creative Compressor. Ja, es gibt genug zu tun. Wer das Ganze einmal dann selbst spielen möchte, selbst erleben, der sollte sich mal ganz schnell den Cursor unterdownloaden und dann über den Minecraft Tab das Modpack Project aus und zwei herunterladen. Ich hoffe, diese Modport, Modpock, Modpack Vorstellung hat euch gefallen und ich würde sagen, ich wünsche euch schöne Feiertage und viel Spaß beim Zocken.